Es lohnt sich, diesen Dacia einmal näher anzuschauen. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Dieses Auto ist mit einer Klimaanlage, einem Bordcomputer und Servolenkung ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Dacia machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017